Sonnenweide! Adventkalender? Nein! Good News! Entschuldigung Timmy, ich glaube ich habe da ganzes Ohr geschrien. Trotzdem Timmy, unser Weihnachtsengelchen und wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns herzlich zu bedanken. Ich glaube, der Timmy will nicht mehr. Der Timmy will ins Adventfenster. Timmy will ins Fernsehen. Wir wollten Danke sagen, und zwar für die vielen Geschenke. Ihr seht es da hinten im Hintergrund. Ein reich gedeckter Gabentisch, den wir am Patentag bekommen haben. Also nicht nur unsere Tierchen mit Äpfeln, Karotten und Brot und Vogelfutter. Sondern auch wir wurden reich beschenkt. Mit ganz viel Alkohol. Ich weiß nicht, was ihr glaubt. Leute, wir sind natürlich lustig. Es ist 8 Uhr morgens und wir haben sicher noch nichts trunken. Fafina Erdnord. Grissbaumschmuck in vorn mit Gemüse, das finde ich besonders genial. Paprika, Pfefferoni. Ja, das sind Erbsenschotten. Keine Paprika, das sind Erbsenschotten. Ja, aber das sind Pfefferoni. Hallo, hallo, hallo. Ja, da hinten steht Wein und Tee und Zirpenkissen und was zum Essen. Mmh, herrlich, herrlich. Ja. Und da sagen wir ganz, ganz vielen Dank an alle, die Hofsäulenweide unterstützen und uns mit unseren Wahnsinn. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Danke schön. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.